In Oberdunkhofen explodieren die Strompreise. 263% mehr zahlen im nächsten Jahr ein durchschnittliches Budget. Die Unfähigkeit des Stromlieferanten hat das Existenz fast bedroht und könnte den Bierpress erhöhen. Ein Sechster, die Gemeinde Aargau-Doberdunkhofen, sagte, dass der Strompreis im nächsten Jahr 263% teurer sein wird. 20 Min Community Bewohner in Oberdunkhofen ärgern sich über das Verfahren des Stromlieferanten. Ich bin ehrlich, ich habe Ressentiments über die Verantwortlichen. Sie konnten vor einem Jahr sehen, dass Strom teurer wurde. Ich verstehe nicht, wie die Elektra schlafen könnte, sagte Oberdunkhofen TS. 20 Minuten Michael haben die Unfähigkeit des Stromlieferanten fast bedroht und könnte den Bierpress in der Gemeinde erhöhen. 20 Minuten Michael Scherrer Aus diesem Grund sagte die Gemeinde Aargau-Doberdunkhofen, dass der Strompreis im nächsten Jahr 263% teurer sein wird. Die Bewohner von Oberdunkhofen langweilen durch das Verfahren des Stromlieferanten. Die Unfähigkeit des Stromlieferanten hat das Existenz fast bedroht und könnte den Bierpress in der Gemeinde erhöhen. In der Aargau-Gemeinde wird der Strompreis im nächsten Jahr um 263% steigen. Für einen durchschnittlichen Haushalt bedeutet dies zusätzliche Kosten von mehr als 2000 Franken. Keine andere Gemeinde erhöht die Stromkosten höher als die Aargau-Gemeinschaft. Der Grund, hat die Marktpreise explosionsartig und die Unfähigkeit des Stromlieferanten explodiert. Wir haben seit zwei Jahren ein kleines Haus. Die Explosion der Strompreise wird von unserer jungen Familie zu spüren, erklärt TS. Aus diesem Grund hat die Familie sehr früh mit zwei Kindern in ihrem eigenen Haus Maßnahmen ergriffen. Wir haben alle LED-Lampen ausgestattet. Wir werden die Geräte für Waschmaschine, Geschirrspüler und Kühlung verwenden, erklärt TS. Mit diesen Maßnahmen kann es mehr oder weniger gut verwalten. TS. Weil die Beamten der Elektra-Genossenschaft ihn so weit gehen ließen. Ich bin ehrlich, ich habe Ressentiments über die Verantwortlichen. Zu Beginn des Jahres wurde gesehen, dass Strom selten und teurer wird. Ich verstehe nicht, wie die Elektra schlafen könnte. Ich erwarte die Konsequenzen der Mitarbeiter, erklärt TS 3000 Schweizer Franken Stromkösten für einzelne Immobilien. Private Haushalte sind jedoch nicht nur von der Explosion der Strompreise betroffen. Frederik Amacher von Amacher Engineering GmbHK